Hallo! Ja, ein absoluter Kinderlied-Klassiker ist ja wohl auch Hänsel und Gretel aus dem gleichnamigen Märchen. Und ja, zu dem Lied gibt es nicht viel zu sagen. Das spiele ich jetzt einfach mal und hört zu. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so winster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl in diesem Häuschen sein? Huhu, da schaut eine alte Hexe raus. Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich. Oh, Hänsel, welche Not! Sie will dich braten im Ofen braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, war sie gestoßen von unseren Gretel ein. Die Hexe musste schmoren, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hänsel und Gretel aus. Nun ist das Märchen von Hänsel und Gretel aus. Gretel aus. Gretel aus. Gretel aus. Gretel aus. Gretel aus.